Feuermisen Autor Selçam Kenzi Die Filmaufnahmen hat der Autor Selçam Kenzi selbst am Amazonas in Brasilien gedreht. Die Arbeiterinnen der Feuermisen sind gewöhnlich bräunlich bis rötlich. Die Gaster ist etwas dunkler und der Kopf kupferbraun bis rötlich. Sie sind mit etwa 2 bis 6 mm Länge eher klein. Das Propodium ist an der Hinterseite abgerundet und zeigt zwar kleinere Unebenheiten, trägt aber keine Spitzendornen oder Auseckungen. Die Antennen bestehen aus 10 Segmenten. Die fort ersten zwei Segmente sind zu einer deutlichen Keule ausgebildet. Am Vorderrand der Stirnplatte, Klypius, befindet sich mittig ein einzelnes abstehendes Haar oder eine Borste. Eckige Klammer auf 1 Eckige Klammer zu. Diese Ameisen hinterlassen an ihren Bissstellen in der menschlichen Haut kleine Eiterpusteln und beim Einstich einen brennenden Schmerz. Das starke Gift der Feuermisen kann allergische Reaktionen auslösen. Es besteht die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks. Eckige Klammer auf 2 Eckige Klammer zu. Feuermisen sind leicht mit Vertretern aus der Gattung Monomorium zu verwechseln, bei diesen fehlt allerdings die keulenformige Verdickung der Antennen. Auch kleinere Arten aus der Gattung Karybara sehen ähnlich aus. Sie tragen aber an der Klypiuskante paarweise angeordnete Haare anstatt eines einzelnen mittig abstehenden Haares. Auch das Propodeum zeigt bei Karybara deutliche Auseckungen oder spitze Dornen. Weltweit gibt es über 140 verschiedene Arten. Eckige Klammer auf 3 Eckige Klammer zu und weitere Unterarten. Gut 80% davon leben in der Neotropis und der südlichen Nähe Arktis. In Europa finden sich nur wenige Arten, die Taxonomie ist außerdem stark revisionsbedürftig. Nördlich der Alpen ist nur eine einzige Art bekannt, die gelbe Diebsameise, Solenopsis fugax. Viereckige Klammer zu in den USA sind mehr Arten weit verbreitet, allerdings wurde in den 1930ern von Südamerika die rote Feuermäise, Solenopsis invicta, eingeschleppt, die sich immer weiter in Nordamerika ausbreitet und die dort einheimischen Arten verdrängt. Viele Arten werden stark polypen. Die Koloniegründung erfolgt selbstständig durch eine einzige Königin oder in Pleometrose durch wenige Königinnen. Neue Kolonien können innerhalb weniger Monate bereits aus mehreren tausend Individuen bestehen. Die Nester werden gewöhnlich unter Steinen oder im offenen Feld angelegt. Bei manchen Arten sind die Nester direkt mit fremden Amisennestern verbunden. Diese Arten leben clip-to-parasitär und nutzen die fremden Nahrungsvorräte oder stehlen die Brut. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.